Jetzt läuft er gar nicht mehr weg, gell? Also ihr könnt ja aufstehen und gehen, ne? Oh, toll. Ich leg mich einfach mal mit dazu. So. Da sind meine Gugni-Stiefel, gell? Ich weiß. Du süße. Deinen Bruder, den müssen wir noch ein bisschen knacken. Kuschelknacken. Ja, voll. Super. Hallo, Schatz. Ja? War das gar nicht so schlimm? Ja. Okay, super. Dann mal gut, ne? Hm? Ja. Ja.